Was machst du denn eigentlich hier? Ich schiere. Nee, du schneidest? Ja. Du machst ja eine Suppe, oder? Ja. Und was schneidest du gerade? Karotten. Ach so. Papa, jetzt schneide mal die großen. Ich hab schon alle gemacht. Ach so, dann musst du die erst mal reingeben in die Suppe. Die großen? Egal, gib sie mal rein, ja. Mit dem Brettchen, wie ich dir gesagt habe, wie das geht. Ja, ich hab aber die schon reingeschmissen. Okay. Und jetzt machst du wie? Die rein. Okay. Also. Ach, nicht mit dem Messerchen. Oh, doch. Wow. Ein paar sind runtergeploppert. Ja, das macht doch nichts. Oh. Na, die Mama ist ein bisschen kritisch, wenn da ein bisschen was runterploppert, aber wir doch nicht, oder? So. Soll ich jetzt noch die zwei machen? Ja, aber hol sie her, ich schneide sie mal. Immer das Messer zuerst weglegen. Messer weglegen. Dann auf den Schocker steigen, damit du wirklich gut stehst. Ha, siehst du? Oh Mann, oh. Ich hab genau richtig gesagt, oder? Ja. Also. Schneide doch mal. Ah ja, jetzt muss ich schneiden. So.